Auf geht's. Warten wir den Modus auch bei. Ah, klappt. Sollte eigentlich Rennen die, ne? Nein. Nächste Woche fahren die, glaub ich, in... Sochi. Ja, Sochi, genau. Wir haben ja drei Rennen hintereinander, ja, drei Wochen. Okay. Ja, Formel 1. So, Ergebnis Limit, eine Runde. Machen wir es so weiter. Ah, ich stapel ins 0. Ja, das passt so. Oder soll ich den 7-0 Modus mal wieder rausnehmen? Nö. Nö lassen. Okay. So lustig. So, ich kann mal... Soll ich mal kein Bluffen reinnehmen oder ist erzwungen das Spiel? Ja, alles rein. Ich mach mal kurz eine Runde mit allem. Was heißt kein Bluffen? Du darfst quasi nicht... Ich glaub, das ist mit dem Anfechten. Du musst eine Farbe wünschen, die du auf der Hand hast. So verstehe ich das nämlich in dem Moment mit dem... Kann man ja mal ausprobieren. Ich probiere, wir probieren einfach mal Dinger aus. Dafür sind sie ja da. Man kann auch wieder mal zwei Ging zwei spielen oder sowas. Einladung werden raus. Ja, Väter Thomas, sondern soweit sind wir komplett. Ich komm vor. Na ausgut. Komm gerade. Ja, let's go. Okay. Jetzt haben wir nämlich alle seriale Informationen. Genau. Sorry, ich kann nicht anders. Was? Lama ist es gewesen. Hätte ich zwischenwerfen können. Ach, scheiße. Ja, manchmal ist das so, dass man sich direkt checkt. Ich nehme alle. Ja, klar. Wollte ich auch machen so. Weil da ist so eine wunderschöne Dinger. Das ist das, was gerade mit dem... Du musst es ziehen. Wir haben die Karte jetzt automatisch reingelegt. Boah. Jo. Ja. Boah. 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 so kann man denn ich habe gesagt das war jetzt habe ich habe gesagt ich habe gesagt ich habe damit richtig gehabt das scheiße ja eigentlich ist das scheiße ja weil eigentlich aber unruhe sie fair ja aber warum sagen ich nur ein und dann vielleicht ist danach an und es gibt dir recht das sind das ich weiß es nicht normalerweise darf es nicht ich habe nur das reflex eigentlich tatsächlich sogar gedrückt ich habe das gesehen dass du ohne angedrückt hast aber ich hatte und die karte nur dreieck gesehen habe gedacht ob ich eigentlich hätte er mir die karten geben ist dafür nicht hier weil ich falsch angefechtet hat oder du hast jetzt gelegt oder ohne dann gesagt das gezählt hat und du musst ja auch wie solchen das sonst waren beim dazwischen den ich musste ja erst dazwischen liegen und dann erst ohne sagen in ja gar nicht andersrum ich muss ja erst dazwischen legen drücken und dann kann ich erst nur ansagen rücken geht ja gar nicht anders deswegen ist das hat man das war wahrscheinlich das was der gezählt hat ja aber es hat trotzdem bullshit ich kann ja nur erst dazwischen liegen drücken und dann erst nur sagen ich bin ja gar nicht es geht geht in der reine folge gar nicht anders bitteschön für die sieben noch alles gut tut mir leid ja du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du jetzt zurück ne ja da war das war als reingelöst die situation schön dazwischen gehauen das war aber das war nicht schlecht aber das gibt keine zusatzpunkte aber sie hat noch genug selber noch sieben und auf der hand ja hat das jetzt gleich zweimal aussetzen ja wahrscheinlich ich will hier mal mitspielen so baby kann auch mal aussetzen danke die zeit dass wir so rum machen ok gehört sein glück dass du nur ein bisschen was war eigentlich zwei stück ja aber es bleibt trotzdem deswegen hat er gerade auch nur vier gekriegt obwohl es acht werden ich habe mich verdrückt ich habe die zwei noch legen können ach ja sei zu gut zu mir ach was die das was im kompletter saal verdient sowas zum beispiel okay drei acht spiel ich mit das spiel ist ja so vorbei wenn es vorbei ist das könnte ich jetzt erfrieren siehst du jetzt wird es funktioniert warm junge schön wird der 7 noch den sieg geholt aber ich habe so dass ich noch blau geworfen hat sodass ich noch weitermachen konnte kann ich heute auch mal voll dagegen gradiert sich denn da mit der grunde erheben ich weiß nicht nur das hat man manchmal okay ich bin mal eine runde das ist nur plus 2 ist ich hatte es wird als ich auch noch mal plus zwei dazu zu packen ich komme heute nicht mehr am zu nein es war dabei jetzt darfst du mal spielen aha jetzt darf ich mal endlich ah nein ich habe vergessen ah ah sie haben gelbe rotation Ja, jetzt habe ich es vergessen, ja, ja. Thomas. Thomas, du bist dran. Ja, ich habe es gesehen. Einmal für zwei. Hau ab! Das ist doch nicht fair. Ich finde das nicht fair. Alles gut. Das ganze Leben ist nicht fair. Alles gut. Oh, direkt hier, du hast vergessen. Der beiden Stichkrieg, der ist gut. Gleich. Er ist glücklich. Ja, ich tausche jetzt miteinander in die Garten. Aber das ist klar. Alter, will doch Baby nicht spielen. Das ist doch nicht für ein Abteil hier, Thomas. Ist doch nett. Wie gesagt, wer einen Stich hat, ist glücklich. Drei, siebenmal gewesen. Ich liebe diesen Modus. Irgendwie kriege ich den gerade die ganze Zeit gegen ihn. Die erste Runde der Partie fünfmal, ja. Gut von Sieger. Baby wird mir zustimmen, das könnten die glücklichsten Kämpfer werden. Der längst der letzten Zeit. Hä? Ich brauche meine vielen Karten wieder um einen Roboter-Kumpel, ne? Ohne deinen Bot-Kumpel kannst du nicht mehr gewinnen, ne? Ja, das ist okay. Gut, 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 gut. Dann kriegst du zurück, sehr geil. Nein! Trauma! Danke, Markus! Ich bin doch ein Meme. Ich tue noch keinmal. Ähm. Gib mir deine Karten mit. Das ist ein gutes. Ähm. Mach mal so. Jetzt ist alles total durcheinander. Ja, eh. Klar. Ich hasse euch. Dankeschön. Ich muss aber ziehen. Jetzt. Ich sieh ja so gerne, ne? Was soll ich mit dem zu tun? Spielt ihr heute eins aus oder was? Und hier. Na komm. Ah. Dankeschön, dass ich mal mitmachen darf. Danke. Bude! Boah! Gib ich mal jemand anderes! Sehr schön. Warte mal. Falsche Tasche, da hat sie geschwissen. Ich hätte das zuschliegen können. Ich muss mal kurz ein Follettel und mir noch ein Cappuccino machen und bin dann sofort wieder da. Okay.